Hey Leute und herzlich willkommen auf dem PlayerSub Channel. Ich bin Silphi und ich mache euch jetzt eine kleine Ankündigung nochmal. Es geht hierbei um das Format der Replay-Analysen. Das Ganze wird sich jetzt auch ein kleines bisschen ändern. Ich habe ja das Video gemacht, wo ich euch gefragt habe, welche Elo ihr seid und welche Positionen und alles. Viele von euch sind im Bereich von Bronze, Silber, Gold. Gerade Gold war sehr, sehr, sehr stark vertreten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das heißt, die höheren Elo sind da etwas weiter weg und es werde auch oft gefragt, ob ich mal öfters Highlight-Videos machen kann und sowas. Gerade auch, weil ihr das erste Highlight-Video relativ lustig fandet und ihr wollt halt auch weiter lustigen Content haben. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, es wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber es wird wahrscheinlich das Beste sein für die meisten. Die Replay-Analysen, ich nehme jetzt nur noch Replays an von Bronze, Silber und Gold. Über Platin muss ich noch mal gucken, weil es ist einfach zu sehen, was richtig ist, um dann zu sagen, das war richtig. Es ist aber besser für euch zu sehen, was falsch ist und wie man das richtig angehen kann. Zumindest sehe ich das gerade so. Es gibt dann halt noch mehr Möglichkeiten, was zu machen. Natürlich werden die Gameplays dann halt noch etwas lustiger sein, weil ich werde schneller tilten. Ich meine, wenn wir uns jetzt diese Silber-Analyse ansehen, ich war komplett getiltet davon, es war komplett lustig, kann man Highlight daraus machen und ihr wollt auch öfter sowas haben. Deswegen verändere ich das Ganze. Ich werde es aber nur erstmal, wie heißt das nochmal, vorübergehend machen, um zu gucken. Ich werde auch auf euer Feedback angewiesen sein, weil ich werde natürlich auch das machen, was ihr wollt. So ist der Plan. Das heißt, wenn ihr das haben möchtet, wenn ihr dabei sein wollt, nur Bronze, Silber, Gold Replays. Es müssen Ranked Games sein. Normals nehme ich nicht an. Ihr findet nochmal die E-Mail-Adresse dafür unten in der Beschreibung. Ich werde montags jetzt aber immer zwei machen. Ich werde montags immer zwei Replay-Analysen machen. Ob ich jetzt wieder so ein Highlight mache oder nicht, ist halt immer so ein bisschen davon abhängig. Habe ich Zeit? Lohnt es sich auch? Bzw. ist es auch unterhaltsam oder auch irgendwie informativ gleichzeitig? Weiß ich nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, Leute. Das war's von mir. Ich habe dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Falls ihr noch generell Anregungen oder sowas habt, könnt ihr sie auch einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich bin erstmal weg, Leute. Haut rein. Tschüss, tschüss.